hallo mr johnson ich habe ein auftrag für sie sie haben ja meinen kollegen bei einem kleinen gefallen geholfen und mir ein gutes gerät gebracht so jetzt habe ich einen neuen auftrag für sie nämlich ihr müsst auf den schermann staudamm gehen und dort den hot dog wagen vernichten mit dem verkäufer auch noch und wenn sie so gut wären dann schieben sie doch den wrack vom staubdom runter dankeschön und machen sie das es wird sich lohnen bei ok ok machen wir das also hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum let's play von als let's rollerplay von gts andreas bisschen komfu soll und wir benutzen doch ein supermittel ob es hier eins gibt nicht ganz schade man könnte es schon auf die art machen aber wir machen es lieber auf die ruhige art und benutzen naja wo gibt es die ja wo gibt es die die rucksackbomben ich weiß jetzt nicht wo es in der nähe rucksackbomben gibt man könnte in ein ding gehen oder wir klaren unseren panzer aber ist es nicht ein bisschen zu gefährlich acht probieren können wir es wir klaren einfach ein panzer von der aria 69 und machen das auf ganz ruhige art und weisse eine ganz ruhige art und weisse sehr ruhig ach steigt doch ab ist ein dreckteil ja mann ok sieht es nicht gut komm geh kaputt geht doch kaputt na dann halt nicht ob du gehst kaputt aber ganz und du auch so dankeschön und genau so wir tauschen einfach mal eine rg 500 aus mit einem panzer praktisch können wir auch ich denke schon ja macht doch nicht euch selber kaputt ihr habt doch so keine chance aha das ist nur ein news helikopter und wir schaffen es in panzerhaft den kopf zu machen leider können wir das nicht mehr ok neuer versuch neuer versuch wir schaffen das ich weiss es jetzt nehmen wir mal diesen hier dieses motorrad und jetzt gehen wir nicht dort durch sondern vorne durch und dann schaffen wir das auch ohne dass wir diesen kackpanzer und dessen steuerung wieder auf den kopf legen und er explodiert natürlich er explodiert stellt euch das mal vor dass es sowas gibt hätte ich jetzt nicht gedacht tja also upsala ja geht ja san und das das war kult kult schlecht kult gut kult beides und wieder reinsteigen wir schaffen das jetzt diesmal sonst nehmen wir die hydra und machen einen weltkrieg ja sicher jetzt ja die engine die war so was von gut schlecht Sowas von gut und schlecht und schlecht und gut und gut und schlecht und schlecht und schlecht und gut und gut Und die die FBi auf FIB genau von San Andreas ist kacke die kann nix und geht lieber in die Luft als am Boden zu bleiben Ich muss noch weiter Aha Das bringt's nicht, gehen wir doch rüber So, aber jetzt diesmal nicht auf den Kopf, bitte Ja, ja, bleib so, bleib so Ja, gut Dankeschön Huhu So, dolle Jetzt müssen wir nur noch rauskommen Ja, sicher das Rohr geht durch den Wagen Ich glaube in diesem Game war es noch so dass man wenn man nicht hinschaut plötzlich Autospaten und so Das war nicht gut Kann man nicht schneller rennen mit den Granaten kann man schneller rennen So Ja, das Spiel habe ich ab und zu gezockt glaube ich bis 2008 habe ich es recht vielmal gezockt und ja seitdem nicht mehr so viel da kam ja Skyrim raus und dann habe ich auch mal GTA 4 gespielt aber dann nicht lange und ja halt andere Minecraft voran habe ich ab 2009 gespielt Ja, der Hunter ist natürlich viel besser aber wir nehmen den Panzer Hä? Buggy So Also zum Sherman Stardom Nein, zum Sherman Stardom ist in GTA 3 der doch der Sherman Stardom also was sag ich denn da Ah, der im GTA 3 hieß Shoreville der Stardom oder so Also wir gehen jetzt ganz unauffällig die Strasse entlang zum Hotdog Stand und ja werden dort ein bisschen Party machen Hallo Lass mich mal durch Nicht links überholen Drago Nein, nicht links überholen Hallo Drago Nicht links fahren Nein, 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 nein nicht links fahren Ja, sicher Da nehme ich lieber dieses Schwimmboot Gummireifen Teil Bisschen tanken wäre auch nice Gehen wir dann kaputt Wenn wir reinfahren Dann nehmen wir diesen Anhänger doch mit Das könnten wir mal ein anderes Mal machen Ein anderes Mal Oh, da habe ich halt eine gute Idee für eine nächste Mission Und hoffentlich sind die Sterne bald weg Die Nerven Oder der Stern So Hier ist eine Fischerei Und hier sie ist Kentucky Fried Chicken So Wir sind gleich hier Mal schauen Ob der Hotdog Stand gerade dort ist Ob der Mann der Verkäufer gerade arbeitet habe ich denke schon Ja, ist hier Hallo Würstchenverkäufer Ich hätte gerne einen Hotdog bitte Hallo Arbeiter Hm Okay Das Beweismittel lassen wir hier So Schön eingeparkt Und Jetzt gehen wir voll chillig Ähm Nicht gerade mein Geschmack Wir gehen hier mit diesem Anhänger nach Hause Hätte ich's kaputt Das will ich nicht Das ist kaputt Ja Gehen wir mit ihm nach Hause Und dann kommt schon die nächste Mission Das war noch Musik Hey ihr Hip-Hop-Fans Das war Musik Okay Runter zur Strasse will ich noch Lass mich runter zur Strasse Oh Gott Und das Gras wächst sogar durch das Auto durch den Lastwagen Chillig Und wir haben den Fahndungsstand verloren Yeah Okay Wir fahren jetzt Äh Wir rutschen jetzt nach Hause Chillig Ach komm schon Kriegt er nachher Kriegt er ein bisschen raus Hallo Hä Zielro... Zielsuche Targeten Oke Dann schiessen wir halt den Vogel nicht ab Da 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 Uzi 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 Uzi... Uzi 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 Uzi! vielleicht könnte man noch rein, wenn man durch die Black Hill geht, aber dazu brauche ich zuerst den Cheat für das Jetpack in einem Gebäude, also kann man sonst irgendwo rein, ich glaube man kann irgendwo in die Blue Hill rein und dann die Black Hill, aber keine Ahnung, da bin ich zu wenig gewandt, ich habe nie nach Cheats oder so gesucht und die Cheats benutzt, um irgendwelche Ungereimheiten vom Spiel ausfindig zu machen und so weiter, also, ich war nie, ich bin eigentlich nie der Zocker, der unbedingt auf Fehlers schaut oder sie sucht, so, also, ich habe glaube ich unendlich Munition, irgendwie ist ein Cheat aktiv von diesem Speicherstand, steht sogar drauf, keine Cheats benutzt und so, also habe ich gespeichert und dann stand dort, dass ich Cheats benutzt hatte, obwohl ich den Speicherstand neu geladen habe, also runtergeladen habe, aber egal, machen wir halt mit unendlich Munition, ist auch gut, weil viele Cheats, Speicherstände gehen nach gar nicht. So, herzlich willkommen zurück, Sie sind sehr erfolgreich gewesen und mein Telefon klingelt.